Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight 2 The Beast Within. Die letzte Folge war sehr unterhaltsam und spannend, obendrein, denn Gabriel verwandelt sich in einen Wehrwolf. Wir haben den Beta-Wolf umbringen dürfen, bei der von Glover, der mit sehr starker Sicherheit, in sehr hoher Sicherheit, nicht stark, der Alpha-Wolf ist und den Beta nicht selber umbringen konnte. Jedenfalls scheint sich das alles jetzt zu konkretisieren und wir sind letztendlich jetzt wieder als Grace unterwegs und müssen Gabriel helfen, damit er nicht in einen Wehrwolf verwandelt wird. So, erstmal. Was ist das eigentlich für ein Bild? Achso, das ist wieder... Ludwig, ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Ja, ich glaube, der ist schon tot. Der hat sich selbst gerichtet. Anscheinend hat er aber auch seine Angreifer gerichtet. Werner scheint ein ähnliches Interesse an einem Gespräch mit mir zu haben, wie ich mit ihm. Er hat ein schlechtes Gewissen wegen Gabriel. Okay. So, dann gucken wir mal. Kann uns vielleicht die Gärde helfen? Sie muss ja bestimmt erstmal Bescheid wissen, was hier los ist. Wie geht es Gabriel? Geht es ihm auch gut? Du bist schuld. Alles in Ordnung, Gerde. Ach, doch nicht. Sagen Sie es, falls ich helfen kann. Klar. Danke. Aber sie wusste doch eigentlich auch, wo er ist, oder? Oder wusste es nur der von Huber? So, gucken wir mal kurz hier hoch. Ach, herrlich. Es ist so friedlich hier. Das lag vorher noch nicht da. Was ist das? Bettwäsche. Das sieht mir nach Laken aus, okay. Was war denn das gerade für ein Blick? In dem Geheimgang gibt es nichts, was mir jetzt helfen könnte. Nette Aussicht auf die Alpen. In dem Geheimgang gibt es nichts, was mir jetzt helfen könnte. Okay. Gut. Gut, dann werden wir mal schauen, was wir jetzt tun. Also, wir wären jetzt die einzelnen Punkte. Wir müssen zum Ludwig-Museum und dann nach diesem... Was war das? Wie hieß das letzt? Alt irgendwas. Was war das? Ich guck mal. Okay. Kopfkissen, Brötchen. Ja, ist in Ordnung. So. Los geht's. So, haben wir einen neuen... Wir haben einen neuen Ort. Da gehen wir mal zuerst hin nach Altötting. Okay. Auf allen steht, Maria hat geholfen. Mhm. Auf allen steht, Maria hat geholfen. Okay. Auf allen steht, Maria hat geholfen. Was ist das hier? Silberne Körperteile. Opfergaben. Opfergaben. Aus Silber werden Nachbildungen der erkrankten Körperteile hergestellt und der Jungfrau von Altötting als Zeichen der Verehrung dargebracht. Silber ist immer gut. Ich frage mich, ob diese Opfergaben auch funktionieren. Müsste. Also wer dran glaubt. Was ist das hier? Maria hat geholfen. Ich vermute, die Kreuze sind Geschenke der Geheilten. Oder ist das eine andere Möglichkeit der Bittstellung an die Mutter Gottes? Okay, jetzt auch weiter. Ah. Ich warte lieber, bis der Gottesdienst vorbei ist. Ach du Scheiße. Auf allen steht, Maria hat geholfen. Was haben wir hier? Oh. Hallo. Ein Bruder. Bruder Tak. Mit Schweigegelübde. Okay. Spenden. Marienwasser. Schätze, die wollen was dafür. Okay. Wollen was. Rein mit dem Geld. Mit dem Geld. So, kann man mit dem reden. Grüß Gott. Wäre es möglich, die Herz ohne von Ludwig zu sehen? Was? Das tut mir leid. Das Herz von Ludwig II. von Bayern. Hä? Haben Sie das Herz? Welches Herz? Das Herz. Oh mein Gott. Herz. Oh nein, nicht mein Herz. Ich bin nicht krank. Danke. Danke. Okay. So kann man sich auch von unerwünschten Gesprächen distanzieren. Was haben wir denn da gekriegt? Falls Sie ein besonderes Gebet sprechen oder ein Bußopfer geben wollen, kann ich Sie zum Schrein geleiten. Ja. Warum nicht? Ich habe ein Gebet für die Madonna, Pater. Geht nicht, da? Hä? Ich soll nach dem Gottesdienst wiederkommen? Ja, Vater. Ja, okay. War wohl nichts mit der Sprechrolle. Ich warte besser, bis der Gottesdienst vorbei ist. Okay, also wird es hier nichts weiter geben. Machen wir hier noch was? Ach, das war der Rundlauf. Okay. Dann geht es jetzt, äh, wird das Berg... Ja, Neuschwanstein, genau. Ins Ludwig Museum. So, rein da. Ah, hier waren ja die Wachen. Wartet mal. Ich glaube, die müssen wir dann austricksen, oder? So, äh, wo war die erste Rolle? Die erste Rolle war... Oh Gott, wo war die erste Rolle? Ja. Oh, mein Gott. Ist es... Ne, hier ist es nicht. Mist, ihr Mist. Hab ich's mir jetzt... Das war doch hier gerade eben, oder? Es überrascht mich, dass sich die Leute nicht hinsetzen, wenn keiner schaut. Hm. Ich lasse die Wachen lieber in Ruhe. Das Tischtuch sieht ziemlich teuer aus und ziemlich alt. Okay. Aber das war doch nicht da, oder? Ah. Das eine war hier gewesen. Da, ne? Ich kann fast wie Ludwig fühlen, wie er diese Dinge gesehen hat. Oder das war doch da. Nee. Dahinter. Hä? Da. Das schaffe ich nie, solange da eine Wache in dem Raum ist. Aber es ist verwirrend gerade hier. Das ist der Raum. Können wir das irgendwie wieder triggern hier? Nee, ne? Scheinbar nicht. Ach, schade. Mensch, letztens sind die Wachen hier immer hin und her gelaufen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich glaube nicht, dass ich den Tisch verrücken muss. Okay. Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben würden. Ich glaube nicht, dass da noch was übrig geblieben ist. Ups, was? Ich glaube nicht, dass da noch was übrig geblieben ist. Außerdem würden mich die Wachen umbringen, wenn ich hier etwas berühren würde. Aber es ist gerade keiner da. Das ist, äh... Hier hat das hergeholt. Das ist jetzt der große Raum. Oh Gott. Haben wir hier vielleicht einen Fehler gemacht? Noch mehr Schwäne. Ich glaube, das triggern wir hier gar nicht mehr, oder? Die schwarze Madonna von Altötting. Sie war Ludwig schon ziemlich wichtig. Ein wunderschönes Kruzifix. Elfenbein und Gold. Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben würden. Die haben sie auch nicht. Tja. Da geht's raus, da und hier ist gar nichts mehr. Da kommen wir her. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber... Der Gang da drüben könnte nützlich sein. Okay. Das hatten wir alles schon mal. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Ach. Wenn Gabriel recht hat, wurde Ludwig an dieser Tür festgenommen. Er hat es also nie bis zu dem Turm geschafft. Ich brauche mir also keine Sorgen zu machen, was es da oben gibt. Okay. Ich kann fast wie Ludwig fühlen, wie er diese Dinge gesehen hat. Uh, jetzt wird's trickreich hier. Grace Nakamura. Ich lasse die Wachen lieber in Ruhe. Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben würden. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Geht's bloß... Noch mehr Schwäne. Ach, verdammt mich, verdammt mich, verdammt mich, verdammt mich. Ich glaube nicht, dass ich den Tisch verrücken muss. Oh. Das lassen sie nie zu, solange noch ein Wachmann in der Nähe ist. Ja, eben. Das war doch die andere Ecke hier, die wir irgendwie in Beschlag nehmen müssen. Oder muss ich einfach jetzt warten? Wartet mal. Ich warte mal jetzt kurz hier. Ich warte mal, ich warte mal. Passiert nix. Aber warum können wir den Stuhl hier in Großansicht angucken? Können wir aufs Ruf krümeln? Nee. Wasser. Oh, okay. Oh. Verzeihen Sie bitte. Die Kinder haben... Ich hole was, um es aufzuwischen. Ah, hinterher. Hinterher, Grace. Hinterher. Jetzt kommt... Ja. Jetzt müssen wir bloß noch die anderen da wieder wegkriegen. Ah, und da liegt es seit, weiß ich nicht, 150 Jahren. Nee, so lange nicht. 100 Jahre auf alle Fälle. So, jetzt ist aber die Frage... Also, jetzt haben wir schon mal eine Schriftrolle. Können wir uns die angucken? Ah, okay, die Oper. Habe ich mich gerade erschrocken? Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben würden. Ich glaube nicht, dass ich den Tisch verrücken muss. Ähm... War hier nicht irgendwo noch so eine Art, äh, Geheim... Hier ging es hinter dem weiter. Ich glaube... Hä? Rechts und nach oben und nach unten ist alles das Gleiche hier. Nette Aussicht auf die Alpen. Der Gang da drüben könnte nützlich sein. Der Gang da drüben könnte nützlich sein. Nee. Nee. Kann es sein, dass wir vielleicht noch was anderes brauchen? Wartet mal, ich gehe mal testweise... Kleinen Moment. Ich gehe mal testweise, gehe ich jetzt hier raus und gehe nochmal hin. Vielleicht können wir es nochmal triggern. Wir brauchen... Wir brauchen... Auf jeden Fall... Jetzt müssen wir nochmal gucken. So, jetzt steht die wieder hier. Okay, jetzt haben wir das. Und jetzt sind wir da. Aber hier passiert nichts mehr, ne? Schade. Wir müssen die Tante hier loswerden. Ah. Okay. Ich werde mal Offscreen gucken. Ob ich hier irgendwas finde. Das scheint hier sowas Timing-artiges zu sein. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Euer Firefox. Halt! Was? Moment. Ich bleib mal jetzt kurz stehen hier. Vielleicht kriegen wir das ja geklärt. Kriegen wir es geklärt? Gucken wir mal. Na? Hm. Hier passiert gar nichts. Überhaupt nichts. Okay. Ich schaue wie gesagt Offscreen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Euer Firefox. Auf chip이신 eure languards. Du bist towers. Wenn das ist. Untertitelung des ZDF, 2020